Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance, die Mittelalter-Simulation. Und wir sind dabei, eine Ritterrüstung jetzt zu suchen, damit wir hier aus... Hallo, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Kommen Sie rein, Herr. Warum rennt der denn so? War der Heißhunger? Oh, Entschuldigung. Kann ich mit ihm reden? Hallo, hallo? Was hat er denn nur? Ah, okay, das ist hier das königliche... Okay, ich bräte ein. Hallo, hi, hi. Oh, okay. Was zum Teufel? Okay, wir lassen die mal sicherheitshalber. Okay, wir sind, also wir müssen jetzt immer noch eine Ritter, äh, Ritterrüstung. Hier ist eine Rüstung von dem hier suchen und finden. Wir haben aber immer noch keinen Dietrich. Okay, hier geht's auch hoch. Hey, pass auf! Kann ich hier runterhüpfen? Nee, Tatsache nicht. Ich... Da ist eine unsichtbare Wand, das gibt's auch gar nicht. So, hier ist der Ausgang. Hier ist Dreck. Ja, wir wollen ja jetzt immer noch unsere Familie begraben. Hier ist... Wer bist du denn? Ach, Dorfbewohner, okay. Ist hier noch irgendwas Tolles? Nö. Und hier kommen wir hier. Hier ist der Herr... Rothbach, der wird... Oh, Rothbart. Rothbart. Rothbart, der wird uns ja nicht gehen lassen. Okay. Wir bauen die Gemüse... Entschuldigung, es tut mir leid. Und... Und Schlimmeres. Wie tun nichts dergleichen? Wo hast du diesen Unsinn her? Willmacher, die Wachen davon riesen hören. Bist du hier Dorfbewohner? Siegesmund ist weitergezogen und wir haben nichts zu befürchten. Außerdem können wir jederzeit in die Burg gehen. Und du hast selbst gesagt... Hm. Alles Dorfbewohner hier. Wir könnten jetzt mit jedem Einzelnen quatschen, aber... Ich suche jetzt immer noch den... Irgendwo müssten... Hier ist ein Gebäude. Es müssen doch hier irgendwo Ritterrüstungen sein. Okay, wo komme ich hier hin? Hallo? Darf ich... Darf ich... Darf ich einmal bitte vorbei? Ich bin Arzt. Wieso? Kommen wir hier rein? Ohne... Achso. Achso, da kommen wir auch. Hahaha. Hahaha. Okay, wir sitzen hier nur auf der Mauer. Auf der Mauer. Auf der Lauer. So. Okay. Au! Oh! Jetzt mal wieder... Jetzt mal richtig hier hinsetzen. Okay, hier haben wir ein... Was ist das hier? Leiter benutzen? Tun wir das doch einfach mal. Was haben wir denn hier Schönes? Hülser... Fässer. Können wir durchgucken. Ich weiß nicht, wo wir so eine verdammte Rüstung... Okay, mir wird hier was auf der Karte angezeigt. Wir folgen mal hier A. Müssen wir da in dieses Gebäude vielleicht rein? Was ist da diese... Okay, hier sind noch jede... Okay. Ich folge mal dem A. Das ist irgendwie da hinten. Äh, 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 ja, okay. Da kommen wir nicht hin. So... Vielleicht müssen wir hier hoch. Ah, hier sind ja die Rüstungen, aber das Blöde ist... Stimmt. Kann ich ducken? Okay, ich kann hier auch hochklettern. Ich klette mal hoch. Hier können wir drehen. Was können wir hier stiehlen? Langstreckenpfeil. Wie viel haben die davon da? Neun Stück. Aber wir haben kein Dietrich, Leute. Immer noch nicht. Woher... Wir brauchen einen Händler um die... Ey! Hätte ich das gewusst? Okay, hier ist ein... So, Sichtbarkeit 56, Geräusche 44. Woher kommen wir denn hier hin? Wir können wieder aufstehen, denke ich. Oder umrunden wir jetzt hier erstmal einmal die ganze Burg. Alles klar, okay. Ja. 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 Wir umrunden erstmal einmal die ganze Burg. Gucken wir uns hier mal um so. Wir tun so, als ob wir nichts tun. Uns ein bisschen umschauen so. Guck mal, was ist denn das da unten? Eine Laterne oder was? So. Ich hänge! Ah! Stufe! So. Gehen wir mal ganz fix hier rein, bevor er zurückkommt. Kann ich mich umsehen? Kann ich mich umsehen? Ich... ich... ich brauche einen verdammten Dietrich. Wo soll ich denn jetzt hier einen Dietrich herbekommen? Was schnüffelt? Oh. Hallo. Pass etwas besser auf. Okay. Welchen Teil davon begreifst du nicht? Okay, ich geh. Ich geh. Ich geh schon. Was zum Teufel. Himmel. Pass auf, wo du hingehst. Entschuldigung. Los, beeil dich. Ja, ist okay. Ich... ich... ich gehe. Himmel. Ich... ich gehe schon. Wie... wo... wie kommst du denn her? Aha. Mein Gott. Aber... Das ist jetzt die Frage... Entschuldige. Gott sei mit dir. Der nächste geht rein. Der nächste geht rein. Ich stehe hier nur an der Ecke und guck mir diese Fackel an. Diese Fackel. Die ist superschön. Jetzt gehen sie raus bitte. Aus diesem Raum. Hier ist nichts. Jetzt. Hier steht direkt hier. Aber es muss der Wind sein. Naja. Okay. Ich will hier nicht weggehen. Deswegen... Wo ist denn dieser verflixte Kornspeicher? Dorfbewohner. Kommen wir hier rein? Achso. Das ist auch ein privates Haus oder was hier? Oh, alles privat hier. Ist ja ätzend. Ich weiß ja noch nicht mal, wo ich sonst noch suchen soll. Dorfbewohner. Ist das auch privat hier? Okay. Hier ist ein Trainingsbereich oder so. Jetzt gucken wir mal, ob der endlich von... Ah. Ob der jetzt endlich hier weg ist. Was ist da unten jemand? Huch. Ich kann diese Schlösser nicht wegnehmen? nicht knacken, weil ich keinen Dietrich habe. Oh Gott. Wie komme ich denn jetzt an einen verflixten Dietrich ran? Du hast keinen Dietrich. Natürlich nicht. Woher denn auch? Was war das? Natürlich. Oh. Hi. Hey. Oh. Was wird das hier? Verpiss dich, bevor ich richtig zornig werde. Okay. Dann lass mich vorbei. Okay. Ich gehe. Ich gehe. Was ist denn? Hä? Welchen Teil davon begreifst du mich? Mein Gott. Ist ähm... So. Ich brauche jetzt irgendwie einen Dietrich oder so. Wo kriege ich denn jetzt Dietrich hierher? Wächter? Der verkauft mir sicher die nicht. Wer bist du denn? Himmel! Was zum Teufel? Äh, äh. Dorfbewohnerin. Kann ich nur mit der Tante hier handeln oder was? Hier ist Dorfbewohnerin. Hier ist die Köchin. Ich würde gerne etwas kaufen. Sicher, Junge. Vielleicht hat sie zufällig Dietrich hier im Report wahr. Wer weiß. Ähm... Nö. Okay. Dein Ruf... 50. Mein Ruf ist gesunken, weil ich hier rumgeschnüffelt habe. Okay. Was... Ich kann... Irgendwie nicht... Habe ich irgendwo was vergessen? Dorfbewohner... Ich will... Jetzt gucke ich mal kurz auf die Karte. Das ist die Köchin. Das ist der Kampfplatz. Das ist der Bäcker. Er schafft ja... Aus dem Wachstuhl. Toll. Ja, aber ich brauche doch einen Dietrich, damit ich hier die Truhen öffnen kann. Woher soll ich denn... Dietrich denn bekommen hier? Hier... Okay, ich kann hier rein. Hier schläft jemand. Okay, wir sind so schon ein bisschen ein Stalker. Ich kann hier über das Schlösser knacken. Oh Gott, er steht auf. Schnell! Öffne doch die Tür langsamer. Mhm, mhm, mhm. So, haben wir hier irgendwas? So... Nee, wir... Wir haben hier nichts. Oh! Hallo Nachbarn! Hi, hi, hi. Ja. So, es regnet den Strömen. Immer noch. Ich check mal ganz kurz hier. Energie sind wir nur noch bei 59. Langsam kriegen wir auch schon wieder Hunger. Gelobt sei Jesus Christus. Weißt du, wo ich hier einkaufen kann? Hm, falls es um Essen geht, frag in der Küche. Wenn du was anderes willst, kann ich dir nicht helfen. Vielleicht weiß einer aus dem Dorf was. Na gut. Dann müssen wir Tatsache mit den Leuten hier quatschen oder was hier. Bleibt uns nichts anderes übrig, als mit diesen Dorfbewohnern hier zu quatschen. Vielleicht ist einer davon ein stillschmeingender Händler. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich brauche die Triche. Gibt es hier jemanden, der mit Waren handelt? Wotawa. So ein Zaundürrer Geselle. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Er kauft alles, was von Wert ist und würde sogar seine eigene Großmutter verhökern. Ja, aber wo ist der Kornspeicher? Da. Oh, da... Guten Tag. Das ist der Händler, den wir brauchen. Sehr gut. Wenn du Geld hast. Ja, wir haben bei der Herren geschnurrt. Dietrich. Hier, der hat 10 Stück. Wie toll? 18? Nein! Die kosten nicht 18, oder? Das ist nicht sein Ernst, ey. Eine Schatzkarte, was? Info, eine Karte, die zu einem Schatz führt. Danke dafür. Spiel. Fackel. Fackel, Geschwindigkeit 16. Dörrfleisch. Ein Dietrich. Haben wir was zu verkaufen, zufällig? Minderwertiger Pfeil. Naja, das könnten wir alles halt gebrauchen, ne? Wir könnten unser... So, was können wir denn hier für äußern? Was heißt denn das 38? Herz 38? Verstehe ich nicht. Oder ist das die Haltbarkeit? 100%? Das ist die Haltbarkeit, oder? Ja, okay. Ja, okay. Dann können wir das mal veräußern. Alles andere ist noch in gutem Zustand. Sonstiges haben wir nicht. Ja, mein Gott. Ich glaube, du ziehst anderes übrig, als diesen verdammten... Erstmal das hier. So, und jetzt möchte ich gerne von dir einen Dietrich haben. Ähm... Ja, du hast doch gesehen. Boah, 18 eh. Das ist... Jetzt haben wir einen ganzen Dietrich. Oh mein Gott. Jetzt haben wir zwölf... Ey, wir dürfen... Wie sollen wir denn sonst überleben? Hallo, Mädels? Ja, okay, hier kann ich... So, jetzt... Ähm... Haben wir einen ganzen Dietrich. Können wir den öfters benutzen? Bis der... Ich frage mich, ob wir den öfters benutzen können. Wegen der Haltbarkeit. Hier, 100% nämlich. Vielleicht verbraucht er sich ja... Ich hoffe nicht, dass der Dietrich sich automatisch verbraucht, so allgemein verbraucht. Sehr leicht zu knappen. Sehr schwer, okay. Woher die das auch immer hören? Hallo. Hi. Hi. Ja, lassen Sie mich ver... Ja, Entschuldigung. Ich gehe ja schon. Mein Gott, okay. Ich würde sagen, wir nehmen tatsache die Truhe hier oben gleich und tun so, als ob nichts gewesen ist, bis der jetzt endlich hier raus ist. Wie soll ich denn die denn ablenken? Tudu. Was? Wo ist er hin? Guck mal ganz kurz. Was ist da hoch wieder? Okay, ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Hilfe, Zeiger. Ja. Schloss drehen. Wohin denn drehen? Hä? Zeiger? Ich weiß nicht, wie ich drehen muss. Hilfe. So, danke. Schlösserknacken. Zum Schlösserknacken brauchst du ein Dietrich. Nein, und solltest auch Ersatz haben, da Dietrich sich beim Abnutzen und sogar zerbrechen können. Genau. Den Vorgang des Knackens beginnst du, indem du X beim Anvisieren des Schlosses gedrückt hältst. Ein Diagramm des Schließmechanismus erscheint und du musst den Dietrich an der richtigen Stelle einsetzen. Ob du dich dem idealen Zeitpunkt näherst, verriet dir die Größe des Zeigers. Diese färbt sich golden, wenn... Okay. So, dann musst du den Dietrich benutzen mit L, um den ganzen Schließmechanismus zu drehen. Zeitgleich musst du die Bewegung des Dietrichs mit der Drehung des Wehens koordinieren. Bla, bla, bla. Versuchst den Messer zu drehen, ohne dass sich der Dietrich an der richtigen Stelle befindet. blockiert der Mechanismus und der Dietrich wird beschädigt. Okay. Okay, das ist ein wenig... Hier. Und jetzt... Okay, er kommt. Hier kommt was. Okay, und wie soll ich das so schnell machen? Oh, das ist ja katastrophal, ja. Ich beobachte den jetzt dann. Hallo. Hallo. Hi. Ich will mal gucken... Ich will mal gucken, wie sein Weg... sein Wegesmuster ist. Okay, der steht hier dann. Und wenn er hier steht, können wir theoretisch... Nein, jetzt kommt er gleich wieder hoch, ey. Oh, was für ätzend. Oh, der Wind war das. Mein Gott. Ja. Geh weg. Nein, nicht da lang. Geh doch da runter. Weil die Wache... Okay, die Wache, die hier sonst stand, wo ist die hin? Gut, jetzt ist er da hinten. Und er läuft runter. Ich drehe mich um, er läuft runter. Okay, jetzt müssen wir leise sein. Schließen. Schneller, schneller. So, jetzt müssen wir... Ist er doch hier unten? Oder ändert sich das jetzt jedes Mal eher hier? Hier ist die perfekte Zeit. Wie? Oh, nein. Nein. Oh, nein. Ok, ist weg. Leise. Ich verstehe nicht. Ich drehe es jetzt in die Richtung. Habe ich jetzt kein Dietrich mehr? Nein! Ich kann hier zuhauen. Ich kann hier stehlen. Wobei ich hier, ich nehme doch einfach mal so zwei Pfeile mit und verkaufe die bei dem. Wir haben ja jetzt noch ein paar Chancen. So, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir uns noch einen Dietrich nochmal holen und das nochmal versuchen, Alter. Das ist ja so schwer, das Brechen, das Aufknacken mit dem Dietrich, ey. Das ist ja Wahnsinn, ne? Nun gut, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge Kingdom Come Deliverance. Oh Gott, wenn er jetzt herausfindet, dass wir geklaut haben, dann sind wir tot. Ok, ich sag mal, bis dann. Ciao! 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 Ciao!